guten morgen heute ist samstag der dritte september und wir wollen uns heute treffen in potsdam auf eine gemeinsame ausfahrt mit unserer stadtradeltruppe ist jetzt so halb acht ist ja schön frisch 12 grad sind so 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 So, 30 Kilometer geschafft, kurz hinter Großbeeren mache ich erstmal Pause an meiner alten berühmten Bank. So, erstmal ein süßes Teilchen hier hin, jetzt noch einen Kaffee enthalten. Und dann noch die letzten knappen 20 bis Potsdam, ich hoffe mal gut, das ist kurz nach Neune, sehr schön, bisschen frisch heute, aber Rückenwind bis jetzt, was natürlich Rückzudehren anders sein wird. Gut, dann bis nachher. So, nach kurzer Frühstückspause geht es jetzt weiter, ich bin frisch, Mann, Mann, Dürstück! Scheiße! Ich bin froh, Mann, 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 Mann! Ich bin froh, Mann, Mann! Landeshauptstadt erreicht. Jetzt sind wir Badelsberg. Die Landeshauptstadt begrüßt mich mit Sonnenschein, sehr schön. Sehr viel wärmer. Ziel erreicht, Hauptbahnhof. Schicken wo die Truppe ist. Hey! Oh, Alter. Schönen Rückenwind. So, unsere Truppe setzt die WWE um. Sind ja doch mehr geworden wie erwartet. Hier jetzt am Bahnhof lang. Jetzt fahren sie mal alle ab. Die ganze Truppe abfahren hier. Die ganze Truppe hier. Das war geil. Frühaufsteher. Ich bin ja immer schon vorne im Platz. 1. 2. Schönen. 2. 1. Ich hab den Ständer nach unten, ach du Scheiße. Boah, was ist denn hier los? Vorne ist die nächste Gaststätte, wa? Die Brücke mal von der anderen Seite filmen. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom See mit etwas Gegenwind. Schöne Brücken hier, Zugänge zu den Häusern hier oberhalb. Die ganze Truppe hier. Jetzt sind wir in Pferch. So, jetzt sind wir in Pferch. So, jetzt sind wir in den Schwielersee rum. Die zweite Richtung Tempinersee und dann Richtung Gollm. Stapel Kieweltürme hier. Aber nicht, dass er denkt, ich weiß das, hier steht's. Brandenburger Weite. Gönner Blick nochmal. Jo. Oh, ist satt hin. So, dann kommen wir nochmal über die Havel. So, dann kommen wir mal in den Neuer Asphalt. So, dann kommen wir mal in den Neuer Asphalt. Und hier hinter Geldo. Schön gemacht. So, weiter geht's jetzt Richtung Gollm. Hier durch so eine sumpfartige Niederung. Schilf über Elge. Und Wasser. Na, wenn hier Fotografierverbot ist, dann müssen wir doch glätt mal aufnehmen. Jetzt hier durchs Haveland. Wiesen, Sümpfe, Bäume. Hier ist der Gollm. Die wollt da nicht rauf. Ja, deswegen filme ich auch ihm. Ach so. Also die Pumpe bräuch ich ohne neue. Hat mir unterwegs auch jeder angequatscht. Schönes neues Rad, aber die alte Pumpe musst du da ran. Wo geht die Luft aus? Wenn ich sonst immer eine Tankgefahrer auffüllen, ich mach das überhaupt nicht mit Pumpe. Mit Bierluft geht's besser. Ja, genau. Ich bin eben noch. Oh, schön. Ich des Pumpe. Ich verducke mich. Ich kann eben noch... Ja, auch hier auch noch mal oben, das. Ja, auch hier auch noch mal oben, das. Ja, auch hier. Viel Norwege. Na, machen wir das raus von mir hier. Ja, super, ja. Na, kurze Eispause in Neufahrland, gehts jetzt weiter. Ja, ich bin schon gespannt. Oh, jetzt kommen wir an der Krampenitz. Hey, könnt euch mal filmen. Berlin! Kurze Blick auf den englischen Militärflughafen Gatow. Kommt mal nicht weiter, müssen wir alle zurück wieder. Ah, jetzt kommen wir bald wieder ans Wasser, oder? Was? Kommt mal bald wieder ans Wasser, oder? So, jetzt haben wir Gatow, gleich und dann mit Spandau. So, sieben Kilometer noch. Ja, ja, ich mache ja. Läuft doch. Läuft! Läuft! Pando, jetzt habe ich die anderen verloren. Ah, da vorne sind sie. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.